Ich bin tot. Ist er bei dir? Ähm... Schatz, guck mal. Hm? Ach du Scheiße. Äh... Äh, er hat's lol. Nippel? Komm mal schnell rüber zu mir, bitte. Nicht die Tür bewegen, nicht die Tür bewegen. Komm mal schnell rüber, bitte. Oh, 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 ne, verpiss dich, Brudi. Siehst du das? Lol. Das Vieh ist hier. Ich bin hinter der Tür verbackt. Ist die Tür... Er rennt weg. Ach du Scheiße. Junge, ich hab... Noch mehr Essen.